Hallo und recht herzlich willkommen zurück. Let's play GTA 5, die Flugstuhle habe ich erfolgreich abgeschlossen. Und ja, jetzt sind wir hier im Federal Investigate Bureau und da sollen wir mal schauen, was denn hier als nächstes ansteht. Zunächst muss ich erstmal den Eingang finden. Ich weiß gar nicht, ob es direkt hier vorne reingeht. Schauen wir mal. Ne, da auch nicht. Sir, wissen Sie, wo es hier lang geht? Laufen wir einfach mal hier hinten lang. Irgendwo wird es schon hochgehen. So. Aha, aha, okay. Vielleicht hier unten. Äh. Geht's hier rein? Nein, kein Zugang. Hm, okay, sehr interessant. Kein direkter Zugang. Gehen wir mal hier hinten lang. Boah, ich sehe gerade, wir haben hier einfach wirklich einen fantastischen Blick und hier ist wohl unser Missionsziel. Geht's hier. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Sie wissen, was? Sie werden meine Leben schützen. Weil du das sagst, motherfucker. Was? Du das sagst. Trevor. Ein paar Tage vorhin. Aber wir haben nicht wirklich gesprochen über nichts. Aber wenn, 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 er beginnt zu fragen, warum du nicht das nicht schützt, woanders nach der Grenzen des Kanadischen Grenzen ist. Oh, wir haben Probleme. Ja, keine Scheisse. Wir sind in es. Zusammen. Also. Wenn, wenn deine Probleme sind meine Probleme, dann ich glaube, das bedeutet, dass meine Probleme are categories of your problems. Uh-uh, no. Was if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plagued at five years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, and we better go about Wir sind nicht schraubt es zusammen, weil du und ich beide wissen, dass wir ihn jetzt nicht gehen können. Was braucht ihr? Dieser Mann. Ferdinand Karamoff. Die Agenzierung sagt, dass er tot ist. Wir, im Büro, denken wir, dass er in einem Ort ist. Wir denken, dass er in einem Ort ist. So? Wahrscheinlich. Er hat Informationen, die mich und meine Superioren aus der Circulation bringen. Die Agenzierung haben das Korinther-Office gelockt. Wir brauchen euch, um das Körper zu verifizieren. Wie in die Hölle werde ich hier rein kommen? Du hast schon tot gespielt, nicht wahr? Ich habe immer wie du. Telefon mich, wenn du wachst. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr vertrauenswürdige Person. Kommt ja des Öfteren vor, dass man einfach mal irgendwie mit dem Schlagstock auf den Hinterkopf gehauen bekommt. Und wir sind hier wohl in einem Leichensack. Aha, okay, linke Maus, das ist im Aufwachen drücken. Ich komme her, mein Möchner! Ha! Ha! Komm her! Wir können in der anderen Rücken. den wollen wir gleich mal hier über überwältigen so haben auch gleich mit aufgesammelt so jetzt müssen wir den ferdinand kim roff finden was auch immer das für einer ist ne das ist irgendeine frau frau wird da wohl auch nicht sein ich glaube müssen doch die pistole zücken die sich halt ins knie so wir werden hier wohl jetzt noch eine ganze menge mehr feind haben meine güte der läuft ja aus wir brauchen unbedingt mal so ein bisschen leben ok so hier finden wir eine schrotflinte beziehungsweise pump kann sagen wir natürlich nicht nein zu ok gott wie viele kommen denn da da war doch noch einer da habe ich dich an deiner glatze erkannt kumpel da liegt ein medipack da liegt ein medipack ach was fühlen wir uns gut so ich glaube ich wechsele jetzt einfach auch mal auf die schrotflinte könnte sein dass es jetzt doch in nahkampf geht ich sag's ja gerade wow so sollen wir denn auch mit dem aufzug fahren ja aufzug geht nicht also müssen wir wohl die was michael deine waffen sind in einem kleinen schwarzen müllsäcke im weiß mittelraum obersten stock so müssen weiterhin kommen überall böse das merkt er sich so ist dieser raum hier oder ist er noch weiter oben wir schauen es wohl noch weiter oben weil ich bin noch nicht allzu oft aus einer leichenhalle ausgebrochen weiß nicht ob jeder erfahrungen habt ich zumindest nicht aber ist ganz interessant wo sind die bösen jungs da sind sie counter-strike hilft beim aimen immer wunderbar mit irgendwo ist noch einer da viel doch gerade noch ein schuss wo ist er irgendwo hier sind auch unsere sachen macht das das fenster okay dann sind da hinten unsere sachen ah hier oh geil und wir haben auch gleich noch mal eine ah ja jetzt haben wir die waffen aufgesammelt haben auch gleich noch mal eine schussweste gefunden eine schusssichere weste und jetzt ab aus dem fenster hinaus ins freie wahrscheinlich benutzte nadeln in diesem müllcontainer aber kein problem wir stecken sowas weg so natürlich haben wir gleich wieder ein paar super sportwagen von der leichenhalle kennt man ja auch so gehen sie mit aus dem weg so ja und wir müssen erneut wieder von der polizei abhauen schauen wir das jetzt am besten anstellen hubschrauber verfolgt uns auch das ist nicht so geil der kann uns ziemlich schnell aufspüren ich war jetzt einfach mal in die richtung wo eben keine polizisten sind am ende verrät mich nämlich irgendein defektes rücklicht da kommt auch wieder die polizei weg hier weg hier weg hier wir müssten uns eigentlich mal irgendwie auf den highway flüchten weg da war weg da so dass das das sieht ok aus dass das das sieht ok aus ich glaube ich verstecke mich einfach an der tanke oder ich nehme hier den laster kann man den nehmen ja okay war zwar keine scheibe drin so schnell mal kurz geschlossen das gute stück was irgendwie ziemlich lange dauert und dann fahren wir los und wir verhalten uns wie ganz normale äh fahrer ja autofahrer so da sind wir sie doch schon losgeworden perfekt so stellen wir fest wir haben ein bisschen bisschen schlechte wahl getroffen was das auto angeht dementsprechend suche ich mir jetzt einfach ein schnelleres ich bin sorry sie sind nicht schöne Leute, wenn das eine konsolation ist was ist passiert? da ist ein großes Target da draußen etwas in den Schäden die Daten und die Algorithmen sind aus der Karten wer es findet, das Büro oder die Agenz wird einen großen Bump in die Fundung bekommen wie ich über deine Fundung bin ich bin weg, Dave du bist nicht ich brauche dich zu treffen mein Boss wir sind in der Pläuse zwischen den FIB und den IAA-Bilding den IAA-Bilding du schuldigst mich nach dem Spat, den ich gerade hatte mit den Agenz-Männern? relax sie werden nicht da schauen sie haben nie einen inside-Job okay, das Ganze nimmt hier dann doch etwas größere Züge an jetzt wollen wir uns auf jeden Fall erstmal mit dem guten alten Franklin treffen da haben wir jetzt noch knapp einen Kilometer bei Bordtürmen Bordtürmen haben wir Los Santos hier auch noch nicht gesehen mal schauen wie es da aussieht ah, das nächtliche Los Santos frischer Geruch von Benzin in der Luft so, hier wohl lang okay, ah, da sind Bordtürme habe ich ein bisschen anders vorgestellt aber macht ja nichts so, und hier oben auf dem Berg wollen wir Franklin treffen das ist wahrscheinlich das Knutsch-Paradies hier hey, Franklin what's going on? you gotta get out of town man, I ain't exactly got nowhere to go well, then take a trip a long trip what the fuck is going on? things, alright? look you remember I told you I know people feds who looked after me when I retired you did? yeah, I did I mean, I think I did I don't know, shit Jesus Christ, Franklin I got so many stories I can't even keep them straight I'm full of shit yeah, but your full of shit got me a lot of paper one score with you I made more money than I ever did hustling oh yeah, I mean I'm a great thief but you know it's the other shit that I ain't got figured out so what's the deal, man? what's the deal with the bureau, man? this clown I mean, he's an okay guy fucking cocksucker we did a deal a long time ago it didn't go quite the way it was supposed to go wrong guy got killed so I had to go into kind of an informal witness protection program he helped me I didn't reveal secrets of his and everything was cool the problem started when recently I became unretired I mean, he shows up starts calling in favors telling me to do shit I mean, look, Franklin I'm working for the fucking feds oh, fuck, man oh, fuck, man yeah, and that ain't even the worst part did I ever tell you about Trevor? hmm? man, I think so shit well, if you only think so then I wasn't being completely honest he's... I don't... hell walking on earth that's what he is well, let's bury this motherfucker oh, yeah, good luck with that shit I mean, Trevor and I got history complicated fucking history look I've done a lot of things that I ain't proud of okay, I never claim to be an angel but you meet Trevor Franklin you'll swear I am an angel so what's the move then, man? I don't know fuck I'm just gonna you know try to play both sides you know, until I can find a way out of this shit alright, man, look, man you help me the way I see it, man the least I can do is help you it's a death sentence, Franklin man, I ain't trying to hear all that shit, man if the bureau ain't gonna take you to court them motherfuckers just hustlers anyway and I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree fuck that hey hey you're a good kid, Franklin this means a lot to me like I told you I'm a terrific thief I'll find something for you big now, come on you better take off alright, man I'm with you I'm with you yeah, fiese Sachen sind hier am Laufen so, Mission ist damit auch jetzt erfolgreich abgeschlossen und mit diesem wirklich wunderschönen Blick verabschieden wir uns aus diesem Part schaltet wieder ein es geht spannend und auch sehr interessant weiter mit GTA 5 bis dann Don't you do not you do not you have to be you